Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich hab einfach nur verschlafen Nachmittags um drei, ja? Ja Anna, dein Großvater wird beerdigt Hör endlich auf, mich dauernd anzugreifen Was glaubst du eigentlich, dich nicht an? Ich greif dich nicht an Warum sprichst du nicht mit ihr darüber? Sie muss endlich Verantwortung übernehmen Papa, das ist Otter Hallo Was machst du? Ich mach dies und jenes und, äh, alles mögliche Bulle! Was machst du da für einen Scheiß? Komm her Hallo Papa, komm her und hilf mir Er war jemand und überall ist Blut Komm sofort Anna Was ist denn hier los? Anna, mein Scheiß, ist alles in Ordnung? Papa Wo hat sie das Zeug her, das sie nennt? Sie kommt mit oder die Polizei wird erfahren, dass du Drogen besitzt? Tja, mein Freund, du entscheidest, was du machst Aber du solltest auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen Können wir reden? Okay Hier, das sind drei Millionen Drei? Die bekommst du, wenn du dich heute noch von Anna trenzt Ist dein Papa zu Haus? Ja Leg dich nicht mit mir an Bring das in Ordnung, Verstehen In Ordnung? Was meinst du? Papa Ich liebe ihn Ich bin wahnsinnig verliebt in ihn Hast du mich nicht verstanden, du Arsch? Und wenn's ihr eigenes Kind wäre?